Krisensitzung beim Bundespräsidenten Steinmeier zwischen Friedrich Merz von der CDU und eben Steinmeier als Bundespräsident von der SPD. Ihr habt richtig gehört, das Ganze wird am voraussichtlich Donnerstagabend stattfinden und gegebenenfalls werden da Instruktionen gegeben, wie man mit einer neuen Koalitionsbildung bei Neuwahlen umgehen könnte. Wir gucken uns alle Details an, die es jetzt dazu gibt. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und Leute, es könnte wirklich spannender aktuell nicht sein. Es ist wirklich der Wahnsinn, was wir gerade hier live miterleben können. Zerbricht vielleicht gerade vor unseren Augen die Ampelkoalition an zahlreichen Problemen, die seit zwei Jahren am Laufen sind und an dem leider vergesslichen Olaf Scholz doch nicht so abgeprallt sind, wie sich einige das erhofft haben? Das könnte wirklich tatsächlich jetzt passieren. Denn wir sehen hier Krisentreffen. Steinmeier lädt Merz ein. Und das ist schon eine ganz, ganz interessante Personalie, so nenne ich das an der Stelle bewusstermaßen hier direkt mal, dass es zu diesem Gespräch kommt. Warum, erläutere ich euch gleich nochmal. Aber hier, wir sehen das. Die beiden Herren werden sich am Donnerstag zum Krisengespräch treffen. Das bestätigte das Bundespräsidialamt auf einer Anfrage, nämlich von der BILD. Und nach BILD-Informationen dürfte das Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Oppositionsführer auch die nicht enden wollende Regierungskrise zur Sprache kommen. Und ja klar, man wird über die aktuelle Situation natürlich sprechen. Und jetzt erinnert euch mal vier Wochen daran zurück. Da habe ich ein Video online gestellt, was im Olli-Investiert-Kanal große Reichweite erzielt hat. Danke dafür. SPD will Scholz absägen und er soll Kanzler werden. Denn laut einem Gerücht in Berlin, es hat sich bislang nicht bewahrheitet, es könnte noch passieren, ist der leider vergessliche Cum-Ex-Bundeskanzler Scholz eine Schwierigkeit geworden für die SPD. Sodass man darauf spekuliert, ihn vielleicht zurücktreten zu lassen zu wollen, zu werden oder sonst was. Und dafür Boris Pistorius als Bundeskanzler ernennt. Das wäre möglich. Das muss der Bundespräsident wiederum machen. Gar kein Problem. Dann müsste es auch keine Neuwahlen geben. Vielleicht werden die Wähler dann auch beruhigt. Die andere Theorie ist jetzt halt, warum ist Friedrich Merz jetzt hier bei diesem Gespräch? Und überlegt mal, wer Politik schon länger verfolgt, wird sich garantiert an 2017 erinnern. Ich erinnere gerne daran zurück, als Steinmeier damals nämlich bei der Regierungsbildung, ich sag mal, geholfen hat. Aber in seiner Funktion als Regierungspräsident. Denn er ist ja hingegangen und hat versucht zu vermitteln, nachdem Christian Lindner nach wochenlangen Verhandlungen die Koalitionsbildung abgebrochen hat. Weil er sagte, lieber gar nicht regieren, statt schlecht regieren. Damals hatte der Mann noch Cojones und stand zu seinem Wort, was heute leider nicht mehr der Fall ist. Dann war es ja eben Steinmeier, wie wir in diesem Artikel hier bei der BILD auch nochmal ein bisschen nachlesen können. Erinnerungen an die Regierungskrise 2017 werden wach. Damals gelang es Steinmeier, die widerwillige SPD zu einem Eintritt in eine weitere GroKo unter Kanzlerin Merkel zu bringen, nachdem deren Verhandlungen mit Grün und FDP gescheitert waren. Leute, vielleicht läuft es wirklich darauf hinaus, dass wir eine neue Regierungsbildung auf Basis des alten Ergebnisses sehen werden. Oder aber wir werden tatsächlich, davon würde ich eher ausgehen, Neuwahlen sehen. Neuwahlen, es kursiert ja schon der Termin, der am selben Tag dann stattfinden soll wie die Europawahlen. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024, also gerade mal in einem halben Jahr und dann wäre es der 9. Juni, an dem der Bundestag neu gewählt wird. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich definitiv gegeben, das ist möglich. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, ja die kleben an ihren Ämtern, die wollen natürlich nicht loslassen und so weiter und so fort. Und auch besonders interessant ist es in diesem Zusammenhang, dass sich der Bundespräsident nämlich bereits schon mit Robert Habeck innerhalb dieser Woche hier getroffen hat, beziehungsweise letzte Woche am Freitag traf sich der Bundespräsident bereits mit Vizekanzler Robert Habeck. Und nur jemand, der wirklich wenig Ahnung von Politik hat, der sollte bitte mal an der Stelle das Grundgesetz lesen, wird sagen, ja Moment, wenn Scholz zurücktritt, dann würde aber Robert Habeck der Kanzler werden, das ist nicht wie in den USA, wie man das aus den Filmen kennt, der US-Präsident Krankheit ist verstorben oder Kennedy angeschossen, zack, dann wird automatisch der Vizepräsident zum Präsidenten. Das ist in Deutschland nicht so und ich benutze diesen Kanal gerne auch, um diese politische Bildung weiterzubringen. Ich hatte einen sehr guten Politiklehrer seiner Zeit. Artikel 69 des Grundgesetzes. Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen. Ergo, wir werden Baerbock bekommen als Bundeskanzlerin. Es wäre theoretisch möglich, wenn Scholz zurücktritt. Es muss nicht Pistorius sein, es muss nicht Habeck sein oder sonst wer. Nein, es könnte jeder dieser Bundesminister tatsächlich werden. Das nur nochmal der Vollständigkeit halber hier an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, warum wollen die jetzt gegebenenfalls auf einmal plötzlich Neuwahlen? Sie sträuben sich doch. Guckt doch mal nach Thüringen, wie lange man da, ich sag mal, auf die Wahlen verzichtet hat. Weil sie haben doch eigentlich Angst davor, dass die AfD so starke Ergebnisse hat. Sie haben ja offensichtlich keine Lösung, um dagegen vorzugehen. Politik ändern wäre jetzt so das Naheliegendste. Aber gut, nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Bleiben wir mal weiterhin fest. Hat ja auf Jahre, Jahrzehnte funktioniert. Also brauchen wir nichts ändern. Aber kurzum. Es könnte doch tatsächlich sein, diesen Gedanken möchte ich gerne mit euch teilen. Denn, guckt euch diese Nachricht nochmal an. Aus dem Sommer des Jahres, Juli. Steinmeier nennt hohe AfD-Umfragewerte besorgniserregend. Hat die Regierung und dieses ganze Politgedöns in Berlin vielleicht gerade Angst, dass wenn man wirklich noch zwei Jahre Ampel weitermacht, dass die AfD in diesen zwei Jahren in den Umfragewerten so durch die Decke geht, dass sie gar keinen Koalitionspartner mehr benötigt, dass sie wirklich die alleinige Herrschaft, wie auch immer man es nennen möchte, bekommen könnte, möchte man dieses Risiko jetzt hier einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, die sind zwar jetzt aktuell, Umfragewerte, Pien da mal Daumen, 22, 24 Prozent auf Bundesebene, dann sollen sie die haben, dann lassen wir die als Koalition, sorry, als Oppositionspartei wieder klein, die kriegen auch wieder mal keinen Bundestagsvizepräsidenten, den üblichen Kindergarten, den wir seit Jahren schon machen. Aber wir bleiben in Regierungsverantwortung. Die möchten wir nicht riskieren. Das könnte ich mir mittlerweile wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Denn besonders in Verbindung mit der Nachricht, die ich heute im Olli-Kanal auch ein Video zugemacht habe, CDU fordert Systemwechsel beim Asylrecht dieses Jahr. Ein neues Grundsatzprogramm wurde vorgestellt. Man nimmt also jetzt schon sechs Monate vor den Neuwahlen, wer weiß, wer weiß, vielleicht ja, Themen von der AfD ernst, nimmt diese auf, wird, und das wird funktionieren, nehmen wir wirklich an, wir hätten jetzt am 9.6. die die Neuwahlen, dann über sechs Monate hinweg Werbung machen, sehr gut engagieren, Kritik äußern, bla bla bla, das übliche, ne, Wahlkampfgetöse. Wie sagt der Merkel seinerzeit einmal, man kann nicht erwarten, dass man das nach der Wahl bekommt, was vor der Wahl versprochen wurde. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber gut, im besten Deutschland wird auch so jemand dann wiedergewählt. Man kennt das ja. Aber kurzum, es könnte wirklich sein, dass das jetzt der langfristige oder mittelfristige Plan bis zu den Neuwahlen ist, und dass es auf eine SPD-CDU-CSU-Koalition hinauslaufen soll und dass man das jetzt gerade aktuell schon plant. Die SPD könnte ich mir vorstellen, die müssen ihre Jusos ein bisschen ruhig halten, dass die gegen diese Asylkurs von der CDU nicht so wettern öffentlich, wie sie es am Bundesparteitag gemacht haben, dass sie beim Bürgergeld ein bisschen Einschnitte machen würden und sich da jetzt ein bisschen bis zur Neuwahl anders verhalten und so ein bisschen so Eingeständnisse machen, damit die nicht komplett abschmieren, dass die noch genug Stimmen bekommen, sodass es zu dieser ehemaligen GroKo kommen könnte, sprich schwarz-rot. Das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ich bin gespannt. Danke, dass ich die Gedanken mit euch teilen darf, wie ihr euch das anguckt. Teilt dieses Video gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf andere Meinungen in den Kommentaren. Jetzt ein Abo dalassen. Danke dafür. Bis zum nächsten und ciao.